Ja, herzlich willkommen zum Live-Media-Update für Samstag, den 2. März 2024. Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen in Europa und weltweit. Nun ist es schon fast einen Monat her, da der russische Präsident Putin seine Sichtweise des Ukraine-Krieges im Interview mit Tucker Carlson darlegte und dem Westen ein Friedensangebot unterbreitete, welches dieser, wenn es nach den Zuschauern geht, auch annehmen sollte, um einen Weltkrieg zu verhindern. Und auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, hat dieses Interview einen massiven Effekt gehabt, der sich so langsam auch abzuzeichnen beginnt. Doch dazu gleich mehr. Ja, wie ich in meinem letzten Bericht zum Ukraine-Krieg bereits herausgearbeitet habe, wurde der Konflikt aus militärischer Sicht bereits entschieden. Das ukrainische Militär ist extrem geschwächt und ohne den konstanten Zufluss von Geld und Waffen aus dem Westen kaum überlebensfähig. Da die Republikaner nach wie vor die nächste Zahlung in Höhe von 60 Milliarden Dollar blockieren, geht der Ukraine langsam aber sicher das Geld und die Munition aus, um den Krieg fortsetzen zu können. Das macht es den Russen, die dieses Problem nicht haben, da ihre Wirtschaft regelrecht floriert, zunehmend leichter, weitere strategische Siege zu erzielen. Die Ukraine greift in ihrer Verzweiflung auf eine altbekannte Strategie zurück und lässt wieder Drohnen über russischen Wohnhäusern abstürzen, wie zuletzt in Sankt Petersburg. Die wirklich spannenden Entwicklungen ergeben sich allerdings an einer ganz anderen Front. So hat das russische Verteidigungsministerium einen Mitschnitt eines abgehörten Gesprächs zwischen Offizieren der deutschen Luftwaffe an den russischen Staatssender Russia Today gegeben, der die Audiospur gestern veröffentlichte. Ja, und in diesem 30-minütigen Gespräch kann vernommen werden, dass die Bundeswehr offenbar einen Angriff auf die Krimbrücke, also jene Brücke, welche das russische Festland mit der Krim-Halbinsel verbindet, plante und gemeinsam mit dem ukrainischen Militär durchführen wollte. Dabei sollte Deutschland Taurus-Marschflugkörper liefern, die Ziele überaus genau anvisieren und aufgrund der verbauten Tarntechnologie nur sehr schwer von der russischen Luftabwehr erfasst werden können. Normalerweise hat die deutsche Presse Enthüllungen aus Russland, zum Beispiel zu den Biowaffenlaboren in der Ukraine, einfach ignoriert. Doch diese Informationen sind so schlagkräftig, dass die Medien nicht darum herumkommen, sie weiterzugeben. Denn wir hatten gerade erst die große Taurus-Debatte in der deutschen Politik, wobei uns erzählt wurde, dass die Ukraine die Raketen unbedingt brauche, um sich selbst verteidigen zu können. Doch so wie es aussieht, sollten die deutschen Waffen für Anschläge auf die kritische Infrastruktur Russlands verwendet werden, wobei man sich natürlich fragen muss, ob es bei einem Angriff auf die Krimbrücke geblieben wäre oder weitere Ziele folgen würden. Wenn Zelensky bereits Drohnen über Wohnhäusern abstürzen lässt, was würde er dann mit einer Rakete tun, welche den russischen Luftabwehrschirm durchdringen könnte? Dazu hier ein Video der Bundeswehr, in dem sie erklären, wie die Taurus-Rakete eingesetzt wird. Taurus unterfliegt feindliches Radar in weniger als 50 Metern Höhe. Der Flugweg ist vorgeplant und im Taurus abgespeichert. Die sollten lieber solche Beiträge machen und erzählen, wie man Menschen hilft, die Probleme haben, die hungern, die in Not sind, die verloren sind. Darüber sollten die lieber mal Sendungen machen und ihr Geld investieren und nicht in irgendwelchen Raketen, Alter. Was für hängengebliebene Menschheit, die schuhe auf alles. Seine Sensoren halten ihn auf Kurs. Gegen Bunker steigt Taurus steil aus der Deckung und schlägt mit hoher Bewegungsenergie ein. Der Bundestag hatte die Lieferung von diesen Raketen an die Ukraine Ende letzter Woche mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, was letztendlich auch dem Kanzler Scholz zu verdanken ist, der sich innerhalb der Ampel gegen den Vorschlag stemmte und mehrfach davor warnte, dass Deutschland so zur Kriegspartei werden würde. Natürlich kannte er zu diesem Zeitpunkt bereits den Plan, die Marschflugkörper für Angriffe auf die russische Infrastruktur einzusetzen und hat tatsächlich die einzig richtige Entscheidung getroffen und diese Eskalation verhindert. Gestern erklärte er sogar, dass er der Lieferung von Taurus-Raketen nicht zustimmen könne, weil die Waffen höchstwahrscheinlich von der Ukraine missbraucht werden würden. Unter anderem seien Angriffe auf die russische Hauptstadt Moskau mit vielen zivilen Opfern denkbar, falls das ukrainische Militär die Raketen falsch einsetzt, sagte Scholz. Und dafür gerät er gerade massiv unter Beschuss. NTV-Titel zum Beispiel. Taurus-Debatte. Die unerträgliche Arroganz des Olaf Scholz. Ihr wisst, dass Scholz in meinen Augen eine Marionette mit offensichtlichem Hang zur Korruption ist, siehe Cum-Ex. Doch was das aktuelle Kriegsdebakel betrifft, bin ich mir nicht sicher, ob irgendein anderer Politiker innerhalb der Ampelparteien und CDU-CSU-Fraktion hier in gleichem Maße auf die Bremse treten würde. Immerhin kam der Antrag für eine Taurus-Lieferung von der CDU, die sich gerade auch massiv darüber echauffiert, dass Deutschland die Ukraine im Stich lassen würde. Die Grünen hätten ohnehin am liebsten sofort einen Weltkrieg. In der FDP gibt anscheinend Strack-Zimmermann den Ton an und die SPD stellt sich... Strack-Zimmermann, Alter. Das ist dieses Manns-Vibe, das für diese Waffen-Lobby unterwegs ist. Wer kennt sie, Alter? Guckt sie euch nur einmal an, guckt einmal, wie sie redet und guckt in ihre Blicke. Ihr merkt sofort, was das für eine Gestalt ist, Alter. ...geschlossen hinter den Kanzlern. Damit hing es tatsächlich von Scholz ab, ob sich Deutschland weiter in den Krieg hineinziehen lässt oder nicht. Und die Auswirkungen seiner Entscheidung gehen weit über Deutschland hinaus. Denn direkt nach der Ablehnung der Taurus-Lieferung meldeten sich die britische und französische Regierung zu Wort und äußerten ihren Unmut über die Kehrtwende des deutschen Kanzlers. Scheinbar haben sie schon fest damit gerechnet, dass die Waffen geliefert werden und Russland mit gezielten Angriffen auf die Infrastruktur eventuell zu einem Gegenschlag auf ein NATO-Mitglied provoziert wird. Der französische Präsident Macron hat kürzlich auch sehr deutlich gemacht, dass er einen solchen Weltkrieg durchaus befürworten würde. Während der Ukraine-Hilfskonferenz in Paris sagte er, Also wie, was für ein HS willst du sein? Sei einfach Macron. Gehör einfach dazu. Und sei ein HS. Oder eine HT. Dass Rhein gar nichts ausgeschlossen sei, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern. Er könne sich dabei auch den Einsatz von NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden vorstellen. Auch wenn das eine gravierende Ausbreitung des Krieges bedeuten würde. Ja und hier muss ich tatsächlich... Was für Ausbreitung, das wäre die absolute Eskalationsstufe. NATO-Soldaten in den Krieg ziehen lassen mit Dings Russland. Leute, das ist geisteskrank. Eine Geisteskrankheit nach der anderen, was soll man sagen? Nach dem Urgestein der Linken, Gregor Gysi recht. Ja, Tiffany Backfisch, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, der kommt aus dem Bankwesen und hat damals irgendwo bei den Rothschilds gearbeitet. Ich weiß. Aber sind ja alles nur Verschwörungstheorien. Das ist ja alles Quatsch und Hirngespinst. Nichts von all dem ist wahr. Es läuft alles super und glatt. Wie auf Drogen, Alter. Ja, mir geht's gut. Ah, das ist super, Boss. ...geben, der das Statement Macrons indiskutabel nannte und sagte, dass, Zitat, der französische Präsident offenkundig nicht mehr zu retten ist. Doch auch hier zog Scholz eine klare rote Linie und entgegnete Macron, dass Deutschland keine NATO-Bodentruppen in der Ukraine unterstützen werde. Ich habe das Gefühl, Europa ist aktuell gespalten, Ladies and Gentlemen. Auch wenn es noch nicht offiziell der Fall ist. Aber intern ist Europa aktuell gespalten. Gespaltener seit eh und je. Also nicht nur wegen dem Krieg, sondern auch wirtschaftlich. Es gibt ja so einzelne europäische Länder, die ja wieder darüber nachdenken, ihre eigene Währung wieder einzuführen und, und, und. Das ist wild. Kriegstreiber in Paris so kurz nach der Taurus-Absage natürlich weiter verärgerte. Die Bild schreibt gar von einer gefährlichen politischen Eiszeit zwischen Scholz und Macron. Doch nicht nur in Paris ist man nicht sonderlich gut, auf Scholz zu sprechen. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich bereits mehrfach über den deutschen Ukraine-Kurs beschwert und es bisher strikt vermieden, zu einem längst überfälligen Staatsbesuch nach Berlin zu kommen. Und das wird wohl auch so bleiben, denn Scholz hat vorgestern... Wisst ihr, was der Baba-Move wäre? Hört sich jetzt verrückt an, was ich sage, ne? Einige werden mich dafür nicht mögen, aber ich scheiße auf euch sowieso da draußen, die mich nicht mögen. Stellt euch vor, Deutschland entkoppelt sich irgendwie, keine Ahnung wie, dafür müsste man jetzt voll ins Detail gehen, wirtschaftlich von Europa, baut sich wieder eigenständig auf, führt wieder eine eigene Währung ein und fängt an mit China zu arbeiten, mit Russland zu arbeiten und baut sich komplett wieder auf und scheißt auf diesen ganzen Amerika-Blödsinn, Alter. Ich weiß, das wird natürlich nie passieren, aber stellt euch das mal vor. Und genau das versucht Amerika ja die ganze Zeit zu verhindern. Das ist es ja. Weil Deutschland ist irgendwo auch ein, wenn nicht, einer der wichtigsten Teile Europas. Einer der wichtigsten Länder, Leute. Das wissen wir ja. Und wenn Deutschland anfängt, mit Russland und China und so weiter zu arbeiten und zu kooperieren, glaubt es mir, Alter, das wäre das Ende für Amerika, denn die hätten nicht mehr so gute Standpunkte in Europa und, und, und. Dann werden die gefundenes Fressen. Und deswegen dürfen die Amis ihre Fühler in Europa niemals, unter egal welchen Umständen, auch wenn das der totale Krieg ist. Unter gar keinen Umständen darf Amerika seine Fühler nach Europa abtrennen lassen. Das versuchen sie mit allen Mitteln zu verhindern. Deswegen installieren sie auch, sag ich mal, ihre Leute irgendwo hier, weißt du, oder üben irgendwie Druck aus und so, damit das niemals passiert. Aber wenn das einmal passiert, Leute, dann ist es vorbei. Dann war es das mit dieser amerikanischen Weltherrschaft und so. Ich meine, das neigt sich eh dem Ende gerade zu. Das sind so die letzten Atemzüge, habe ich das Gefühl. Aber die probieren nochmal irgendwie die Länder in Europa dafür zu nutzen, um ihre Konflikte dort irgendwie mit Russland nochmal auszubaden. Und ich weiß, was ich, die wollen die gesamte NATO jetzt vereinen und wollen das Ganze zu einer völligen Eskalation bringen, bevor sie, sag ich mal, den Löffel abgeben. Genauso fühlt sich das an, Alter. So ganz merkwürdige Vibes, so geisteskranke Vibes. So von wegen, wenn wir nicht mehr die Weltmacht sind oder der leitende Währung sind, die Weltwährung, dann soll es keiner sein, dann ficken wir euch alle. Genau so ein Ding ist es. So ein Verrückter wie, wenn ich meine Ex nicht haben darf, darf sie keiner haben und dann macht der Harakiri Scheiße. Genau so ein Scheiß ist das, Leute. Klar, viel komplexer, aber ich meine es so vom Metaphorischen geht das nur in diese Richtung gefühlt. Dann mit einer einzigen Aussage eine regelrechte diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Deutschland ausgelöst. So gab er bekannt, dass das britische Militär laut seinen Informationen bereits eigene Soldaten in die Ukraine entsendet habe, die dem ukrainischen Militär dabei helfen würden, die sogenannten Storm Shadow Langstreckenraketen auf russische Ziele abzufeuern. Ja, und diese Nachricht ist eingeschlagen wie eine Bombe, da Scholz somit offenbart hat, dass sich die NATO bereits mit Soldaten vor Ort direkt am Ukraine-Krieg beteiligt. Und dadurch, dass selbst Moskau diesen Fakt noch nicht bekannt gegeben hat, können wir davon ausgehen, dass es sich um eine bisher Geheimoperation des britischen Militärs handelt, die Scholz hier einfach ohne vorherige Absprache aufgedeckt hat. London reagierte überaus wütend darauf und warf Scholz einen eklatanten Missbrauch von Geheimdienstinformationen vor. Durch seine Aussagen sei das militärische und diplomatische Personal Großbritanniens in der Ukraine stark gefährdet, hieß es. Ja, wie lässt sich das... Stellt euch vor, Olaf Scholz, ich weiß, ich kann den Typen überhaupt nicht abhaben, so wie er sich gibt und so, aber nur als Fantasievorstellung. Stellt euch vor, er ist der Kanzler, der das extra so macht und dann auf einmal den Spieß umdreht und es schafft, Deutschland aus diesen Fängen von Amerika und so rauszuholen. Von den Besatzern nach dem Zweiten Weltkrieg, von den Besatzungsmächten. Stellt euch das mal nur vor. Er macht so einen bauerpsychologischen Move und fickt die da alle damit. Au, aber dann ist Deutschland auch wieder richtig in Gefahr. Leute, egal wie wir es drehen und wenden, Deutschland ist gefickt. Ob sie den Amis gehorchen weiterhin oder ob sie sich gegen sie stellen. Wir sind gefickt, was für eine Situation sind wir überhaupt. Scheiße, Mann, Alter. Was ist die Lösung dafür, Freunde? Was ist die Lösung? Was wäre die Lösung dafür? Wie kann man aus dieser Situation rauskommen? Das ist ein Rätsel, das müssen wir lösen, Alter. Das Handeln des deutschen Kanzlers einordnen. Bereits zu Beginn des Krieges konnten wir beobachten, dass er sich bei der Lieferung von Panzern in die Ukraine zögerlicher zeigte, als seine Kollegen in Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Dann lehnte er die Lieferung von Taurus-Raketen ab, mit der Begründung, dass sie für Angriffe auf Russland mit zivilen Opfern missbraucht werden würden und sich Deutschland nicht direkt am Krieg beteiligen sollte. Er stellte sich gegen Macrons Forderungen nach NATO-Bodentruppen in der Ukraine und deckte anschließend sogar streng geheime militärische Formationen auf, um zu zeigen, dass die Briten bereits Soldaten auf ukrainischem Boden haben, die sich direkt an Kampfhandlungen beteiligen. Es scheint tatsächlich so, als wenn Scholz aus der vorgegebenen Bahn ausschert und sich für eine Deeskalation des Konfliktes einsetzt, den beiden, Macron und Sunak, unbedingt weiter anheizen möchten. Und das dreieinhalb Wochen nach dem Putin-Interview, in dem der russische Präsident vor mehr als 200 Millionen Menschen verkündet hat, dass Russland keinen Krieg gegen die NATO wolle und der Konflikt sofort enden könne, wenn sich der Westen einen Ruck gebe und an den Verhandlungstisch komme. Spannend ist auch, dass Scholz mittlerweile im russischen Fernsehen für sein Handeln gelobt wird. Der bekannte Moderator Wladimir Solujov sagte, dass Scholz den Ernst der Lage verstanden habe und gute Entscheidungen treffe. Woher kommt dieses plötzliche Umdenken? Hat das Putin-Interview doch mehr bewirkt, als sich anfangs ab... Alter, alter, alter... ...bezeichnet hat? Oder hat Scholz, anders als Sunak und Macron, genügend Respekt vor dem russischen Militär, um es nicht auf einen direkten Konflikt ankommen zu lassen? Ahnt er, dass Trump die US-Wahl 2024 gewinnen wird und die NATO dann nicht mehr auf die Unterstützung des mächtigsten Militärs der Welt zählen könnte? Oder will sich Scholz als Friedenskanzler... Alessandro Mehmet, da sagst du was Schönes, Bruder. Lest mal, was Alessandro Mehmet gesagt hat. Die Lösung wäre, das zu machen, was wir bis vor ein paar Jahren noch gemacht haben. Die Rohstoffe aus Russland beziehen, den Amerikanern unsere Autos verkaufen und den Chinesen unsere Maschinen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, was diese Leute hier machen, alter. Die haben jegliche positiven Strukturen, die wir international hatten, irgendwie völlig gegen die Wand gefahren, alter. Sogar intern sind wir gefickt. Also was ist hier passiert, alter? Profilieren, wie der Spiegel schreibt, um seine politische Karriere und die SPD zu retten, die mehr als 50% ihrer Wähler innerhalb von nur zwei Jahren verloren hat. Was es auch sein mag, die Welt kann gerade jeden Schritt in Richtung Deeskalation gebrauchen und wenn Scholz sich entscheidet, dabei mal die richtigen Entscheidungen zu treffen, wäre das sehr zu begrüßen. Wenigstens eine richtige Entscheidung, die der Trottel jemals getroffen hat in seiner Amtszeit, wenn, dann ist es, glaube ich, die Wichtigste. Stellt euch vor, Scholz, später in der Geschichte liest man so, Olaf Scholz, Bundeskanzler aus Deutschland, war dafür verantwortlich, dass der Dritte Weltkrieg nicht ausgelöst worden ist, weil er sich für Frieden eingesetzt hat. Stellt euch vor, er macht das, er geht so in die Geschichte ein. Ich schwöre, das wäre mir viel mehr wert, als irgendeinem Land zu gehorchen oder irgendwelche Gelder einzusacken. Ich würde lieber so in die Geschichte eingehen, dass ich der Bundeskanzler war, der dafür gesorgt hat, dass dieser Krieg nicht ausbricht. Ich schwöre dir. Trotzdem. Viel mehr, das nimmst du doch mit. Macht das die anderen Skandale, mit seiner Unterstützung einer Impfpflicht, bis hin zu Cum-Ex nicht ungeschehen und nach der Wende wird all das aufgearbeitet werden müssen. Das wird niemals passieren, Leute. Hier wird gerade der Eindruck erweckt, als wäre das möglich, aber es ist auf jeden Fall nicht so. Auf gar keinen Fall. Leider nicht. Scholz wird nicht der Einzige bleiben, der die Zeichen der Zeit erkennt und seine Haut durch eine Kehrtwende zu retten versucht, bevor das Schiff der Globalisten vollständig untergeht. Doch nur die Zeit wird zeigen, wie die Menschen dann über sie urteilen, vor allem wenn bekannt wird, was sich hinter dem Vorhang noch alles abgespielt hat. Deutschland wäre natürlich ein optimaler Vermittler zwischen der Ukraine und Russland, da wir durch unsere Geschichte eine enge Verbindung zur USA-NATO-Fraktion, aber auch zu Russland haben. Alternativ will auch China vermitteln und schickt dazu in Kürze ihren Top-Diplomaten Li nach Moskau und Kiew. Sollte auch das scheitern, wird es spätestens nach der Trump-Machtübernahme ein Deal geben, laut ihm Nach der was? Hat er gerade Trump Machtübernahme gesagt? Was für eine Machtübernahme? Habe ich irgendwas verpasst? Selbst sogar innerhalb von nur 24 Stunden, da er genau wisse, was er so mal die Schnauze halten hat, der ist größter Schauspieler von allen, der beiden Parteien anbieten müsse. Ich hoffe, dass wir es noch erleben, dass sich Russland und Europa, vor allem aber Deutschland, aussöhnen. Wie Putin 2001 vor dem Bundestag sagte, stellt euch vor, was möglich wäre, wenn wir den russischen Rohstoffschatz mit dem deutschen Know-How verbinden. Ja, das wäre die Geburtsstunde einer neuen Supermacht. Ich behalte diese spannenden Entwicklungen auf jeden Fall weiter im Blick und melde mich schon bald wieder mit dem nächsten Update für euch. Ja, wenn euch diese Berichte gefallen... Also diesen Trump, ich weiß nicht... Ja, mag sein, dass er in seiner Amtszeit keine neuen Kriege begonnen hat. Der erste Präsident seit so und so vielen Jahren, der keine neuen Kriege begonnen hat, der sogar welche beendet hat. Ich weiß nicht, ob das auch so ist. Und solche Sachen ist super. Finde ich gut. Trotzdem hat er alleine überhaupt nicht das Sagen, Alter. Auf gar keinen Fall, Digga. Das ist für mich ein sehr großes Schauspiel. Das ist sehr deep. Dieses Schauspiel ist sehr, sehr deep. Ich habe das Gefühl, dieser Trump entpuppt sich als absoluter Teufel irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Das zeigt mir irgendwie mein Bauchgefühl. Weiß ich nicht, Alter. Dann freue ich mich sehr über jede Unterstützung, die meine Arbeit auch in Zukunft möglich macht. Falls ihr mich und dieses Projekt oder den Beitrag fördern möchtet, dann könnt ihr dies über den PayPal-Spenden-Link. Ich küsse dein Herz, Bruder. Also, eine sehr verzwickte Situation, eine sehr komplizierte Lage, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, Alter. Hier der Alessandro hat es vorhin gut gesagt, Alter. Deutschland muss wieder zur Altersstärke, zur Alterswirtschaft, zur Macht zurückkehren. Rohstoffe aus Russland direkt beziehen. Autos an die Amis verkaufen, damit die Automobilindustrie wieder richtig boomt und unsere Maschinen, unsere Technologie an China verkaufen. Wenn das so einfach wäre, vielleicht ist es das. Ich weiß, ich kenne mich damit zu wenig aus, Leute. Ich habe dafür zu wenig Wissen, was das Thema angeht. Es klingt erstmal easy. Wenn das passiert, dann würden wir hier schon mal einen ganz anderen Talk führen, Alter. Aber anscheinend ist das Ganze so gewollt. Es wirkt auf jeden Fall sehr gewollt und gekünstelt und herbeigeführt. Am Ende stecken die vielleicht alle unter einer Decke und spielen uns hier alle ein Spiel, um uns komplett auseinanderzunehmen, dass wir komplett machtlos sind, dass wir sagen, sogar unsere Leute, auf die wir Hoffnung gehabt haben, die waren sogar mit im Boot. Da verlierst du komplett so die Hoffnung. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Hier wird ein großes Spiel gespielt, Leute. Hier ist nichts zufällig. In der Politik gibt es keine Zufälle. Das ist alles berechnend. Wahnsinn. Ich kann dazu nichts viel sagen, außer Scheiße. Ja. Hier haben wir jemand, der sagt, neue Befunde zur Antarktis. Da bin ich mal gespannt, was es ist. Leute, ich habe mir gerade chinesischen Nudeln, Reis bestellt, Schubsui, seitdem ich ein bisschen so am trainieren bin, habe ich die ganze Zeit Hunger, Alter, ohne Ende. Gut, dass du kein Politiker werden möchtest. Nee. Ich glaube, ich würde, auch wenn, auch wenn ich zum Beispiel mal völlig unrealistisch den Weg einschlagen würde, irgendwie Politik zu machen, mein Background ist viel zu unseriös dafür, heißt aber nicht, dass ich nicht bessere oder schlechtere Politik mache, aber ich meine, so nach außen wäre das sehr, sehr merkwürdig und ich weiß nicht, was für Leute hinter mir stehen würden, weil, keine Ahnung, Alter, dann würden sie auch jetzt schon irgendwo hin, ich meine, ihr Leute, über euch geht gar nichts, ne, aber ich meine auch so die Masse, so dass man dann auch irgendwie eine Rolle spielt in einer Partei, ich weiß es nicht, Alter, ich glaube, ich würde das nicht machen, weil bis zu einem gewissen Punkt, selbst, ob du jetzt in der Politik bist, in einer Position bis zu einem gewissen Punkt, kannst du vielleicht steigen, aber spätestens, wenn du ein bisschen zu viel Macht bekommst oder eine zu große Position hast in deiner Partei und irgendwie Einfluss gewinnst, immer mehr an Einfluss, spätestens dann kommen dann die Man in Black oder wenn du zu viel Geld verdienst, jeder meinte doch, wenn du ab einem gewissen Millionen oder fast Milliardenbereich verdienst, dann kannst du nicht einfach so weitermachen und jeder lässt dich in Ruhe und so, dann geht es richtig los, dann klopfen die bei dir an und dann bist du da in einem Topf. Ich habe mies recherchiert. Das ist das, auch wenn du sehr, sehr große Reichweite genießt, schaut euch Andrew Tate an, wenn du zu viel Einfluss und zu viel Macht hast, egal in welchem Sektor, passiert immer irgendetwas, also es wird nicht zugelassen, dass du darüber hinaus gehst. Jetzt könnte man auch sagen, Tupac, Michael und, 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 die haben ja auch irgendwann alle sehr, 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 sehr viel an Relevanz gewonnen und hatten Einfluss auch auf Leute und ab einem gewissen Punkt ist immer eine Grenze gesetzt und dann kommen die richtigen Motherfucker und dann zeigen die dir, dass du nichts bist, Alter. Alleine das auch schon im Kopf zu haben, ja, ey, lieber Dr. Phoenix, Alter, vielen lieben Dank für dein Abo, ich küsse dein Herz, oder du bringst uns weiter hier, Partnerplus mäßig sehr, sehr stark. Äh, ja. Deine Konkurrenz investiert Geld, um dir deine Steine vor den Weg zu legen. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Oh, wenn man vom, von Deda spricht. Guten Abend, mein Bester, wie geht's, wie steht's? Ja, ich hab, äh, dich gerade zitiert gehabt, als du mal gesagt hast, je mehr Geld du hast, desto mehr wirst du auf dem Radar auffallen, also dann bist du irgendwann in der Watchlist, aber im gewissen Betrag, dann haben die dich auf dem Schirm. Das heißt, du kannst gar nicht eigenständig, ohne irgendwo beizutreten, in einem, Club oder so, äh, da dein eigenes Ding machen, das ist sehr, ist sehr, ist sehr klar, dass das nicht geht, ne. Da wird drauf geguckt, was schreibst du Zirbeldrüse? Stell dir vor, das ist die Elite und das Dreieck, Putin, Biden, Scholz, Macron, Zelensky, jetzt das, ach, nein, Bruder, die sind doch nicht das Dreieck. Und haben alles perfekt durch Genies, was, durch Genies durchdacht, dass es normal wirkt und wir eine neue Weltordnung reingezogen werden mit Kriegen, oder, das ist schon sehr wild, Finanzstream heute, oder was? Nein, wir haben gerade ein bisschen Politik geguckt, es sind ja Aufnahmen geleakt worden, von hohen, ähm, Offizieren, von der deutschen Luftwaffe, unter anderem, das deutsche, äh, die deutsche Bundeswehr, und es wurde geleakt, in dem Gespräch, dass sie geplant haben, dass die die, äh, Krimbrücke angreifen wollen, also, so als, keine Ahnung, als Akt, keine Ahnung, was das sein sollte, die wollten da angreifen und das wurde geleakt, wild, was geht ab, Okan, wie geht's, ja man, alles gut, Blocks, was geht ab, wo seid ihr denn alle, wer hat Tupac und Michael gesagt, dass sie nichts sind, die beiden gelten bis heute, bei der großen Mehrheit, als absolute Legenden, und das trotz ihrer mindestens, mal fragwürden Verhaltensweisen, ja boah, hast du mich ja völlig falsch verstanden, Brownie, ich denke, die meisten haben schon gecheckt, was ich damit meinte, du tust jetzt so, als würde ich den deren Erfolg absprechen, Bro, was ist denn das, Alter, du bist ja völlig am Thema vorbeigeschossen, das kommt davon, wenn man gerade einschaltet, den Kontext davor nicht gehört hat, ich mach dir auch keinen Vorwurf, kann sein, aber so entstehen Missverständnisse, Ladies and Gentlemen, genau so, genau so, ich weiß, man hat immer den Drang, sehr gerne was zu Dingen zu sagen, gerade wenn man halt als, als Account in einem Chat was schreiben kann, fühle ich, feiere ich, ist alles schön und gut, aber man sollte wenigstens fragen, worum geht's, oder was ist genau damit gemeint, bevor man dann direkt, äh, und dann.